Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Ich habe gerade ein Paket bekommen und dort war das Poco F4 drin und das Poco X4 GT. Leider Gottes habe ich gerade nicht so viel Zeit, um irgendwie ausführlich das Gerät zu testen und dann in ein paar Tagen euch ein Video zu präsentieren, sondern ich muss jetzt gerade schnell machen und beide werde ich nicht in diesem Video hier verfrühstücken, sondern erstmal das Poco F4, weil das finde ich persönlich am interessantesten. Ich fand das Poco F3 so geil, dass ich mir unbedingt das Poco F4 mal mit euch reinziehen möchte. So ein bisschen was weiß ich natürlich schon zu diesem Gerät. Wir gucken aber uns das mal ein bisschen detaillierter an. Poco X4 GT gibt es in einem extra Video. Beides wird so ein erster Eindruck und in ungefähr zwei, drei Wochen wird es, eher so in drei Wochen, wird es eine Review geben zu jeweils einem Gerät oder zu beiden Geräten. So rum. Lasst uns anfangen. Wir gucken uns das Poco F4 an. Wir haben hier die Verpackung. Welche Variante habe ich denn eigentlich? Das steht hier draußen nicht drauf. Wir gucken mal rein. Ich habe es schon mal eingerichtet. Beide Geräte übrigens. Das nächste Video drehe ich auch direkt danach für euch ab auf alle Fälle. Und habe auch schon ein Geekbench 5 Benchmark durchlaufen lassen. Obwohl, weiß ich gerade gar nicht. Bei diesem Gerät bin ich mir gerade nicht sicher. Wir gucken gleich. Aber ich habe es schon mal eingerichtet, damit wir mal ein bisschen im System rumgucken können, wie das so ab Werk alles aussieht. Hier ist die wunderschöne Folie drauf gewesen. Da stehen die wichtigsten Punkte. Wir haben beim Poco F4 den Snapdragon 870 mit 5G im Übrigen, also Dual 5G sogar. Und ein 120 Hz AMOLED Display mit 6,67 Zoll. Also die Größe 6,67 Zoll. Und 360 Hz Touch-Up-Tastrate. Hier beim Poco X4 GT haben wir ein LC-Display. Soll wohl angeblich das beste LC-Display von Poco sein. Das gucken wir uns im nächsten Video, wie gesagt, genauer an. Aber falls euch ein LC-Display eher interessiert, dann erwartet schon freudig mein nächstes Video. Als nächstes Kernkauf-Argument von Poco steht hier drauf, dass wir eine 64 Megapixel Hauptkamera haben mit optischer Bildstabilisierung. Optische Bildstabilisierung ist immer gut. Denn ansonsten hat man öfters mal so kleine Verwackler in dem Foto drin beispielsweise. Oder auch für Videos für Stabilisierung ist es ebenfalls von Vorteil auf alle Fälle. Eine 20 Megapixel Frontkamera und ein 67 Watt Turbo Charge Netzteil ist drin. Denn wir können das Ganze mit dem 4500 mAh großen Akku mit 67 Watt schnell aufladen. Das ist ganz cool. Kabellos geht das leider Gottes nicht. Wir kommen gleich zum Smartphone ein bisschen genauer. Hier sehen wir übrigens auch schon den Kamera-Bump und die Rückseite. Das scheint mir Glas zu sein. Ja, ist Glas, aber ziemlich Fingerabdrück-Magnetartig. Aber glänzt schön. Ich glaube, das Poco F4... Ach, in meiner letzten Insta-Story hatte ich euch das gesagt. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob es beim Poco F4 der Fall war oder beim Poco X4 GT. Eins von beiden ist das Redmi Note 11T aus China. Ich blende es jetzt hier ein. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Wie das Gerät hier in China heißt, es ist umgebrandet worden, umgelabelt worden. Das Gerät aus China gab es hier nicht bei uns. Und jetzt gibt es das Poco F4 bei uns. Aber umgelabelt, wie gesagt, mit Poco. Aber im Endeffekt alles so aus dem Hause Xiaomi. Ihr wisst es ja, glaube ich. Also Xiaomi, Poco, Redmi kann man alles so in einen Top werfen. So, was haben wir denn noch in der Verpackung? Wir haben hier eine relativ dicke Box irgendwie noch. Wir haben, oh okay, so ein USB-C auf Kopfhöreranschluss. Also auf 3,5 mm Klinke-Adapter ist hier mit dabei im Lieferumfang. Das heißt, wir haben anscheinend keinen Kopfhöreranschluss. Nein, haben wir nicht beim Poco F4. Wer benutzt denn noch Klinke-Kopfhörer eigentlich? Ich selbst bin ja schon seit ein paar Monaten oder vielleicht jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren eigentlich komplett auf Bluetooth-Kopfhörer gewechselt. Ich war noch relativ hartnäckig und wollte immer die kabelgebundenen Kopfhörer tragen. Aber mittlerweile finde ich Bluetooth-Kopfhörer so gut auch vom Klang her, dass das für mich jetzt passt. Wir haben ansonsten natürlich noch Papierkram hier. Wir haben eine Displayfolie. Ist hier keine drauf? Nein, hier ist keine drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur daran liegt, weil es ein Testgerät ist, dass ich jetzt irgendwie den Spaß haben dürfte und es selber draufkleben dürfte. Mache ich nicht, weil bei mir sind immer Luftblasen irgendwann drin. Oder ob bei euch das vielleicht schon sogar aufgetragen wurde. Das kann ich euch jetzt nicht versprechen und ich weiß es nicht zu 100%. Dann haben wir hier noch eine Hülle mit dabei, eine durchsichtige, die genau perfekt passt, perfekt ausgeschnitten. Auch mit so zwei Ebenen vor dem Kamerabump. Hier sozusagen ein bisschen flacher und dann ein bisschen höher. Daran wurde auch gedacht, aber nach einer gewissen Zeit vergilben diese Silikonhüllen ja immer ganz gerne. Dann haben wir ein USB-A auf USB-C, Lade- bzw. Datenkabel mit am Start und ein 67-Watt-Ladegerät. Das hatten wir schon erwähnt gehabt. Das heißt, wir können das Smartphone schön schnell aufladen. Und das Smartphone kostet nämlich, das wäre ja jetzt auch nochmal sehr interessant, Lass mich mal nachgucken. Das Smartphone kostet aktuell 399,90 Euro in der Ausführung mit 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Gab es da nicht jetzt irgendwie so eine krasse Aktion? Lass mich mal kurz hier reingucken. Ja, na doch, das ist schon die Aktion. Ne, ist nicht die Aktion. Aktuell, beziehungsweise vom 27.06. Es ist ja erst ein paar Tagen. Ah, okay. Also Early-Bot-Angebote gibt es ab 27.06.13 Uhr bis zum 2.07. 12.59 Uhr habt ihr Zeit. Und dann könnt ihr die 6 GB mit 128 GB für 349,90 Euro, also für 50 Euro weniger, käuflich hier auf po.co erwerben. Oder die größere Variante mit 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher für 399,90 Euro, also für den Preis, wie es jetzt die geringere Ausführung gibt. Die sonst aber, die größere Ausführung, 449,90 Euro kosten würde. Also wieder 50 Euro gespart. Im Endeffekt solltet ihr dann, wenn ihr euch das Poco F4 holen wollt, solltet ihr auch die Early-Bot-Aktion mitnehmen, weil dann kriegt ihr einfach mal 2 GB mehr RAM und das Doppelte an internen Speicher für denselben Preis, wie wenn ihr euch jetzt die geringste Ausführung einfach für 399,90 Euro kauft. Also 27.06. bis 2.07. einspeichern und zuschlagen, wenn ihr Bock drauf habt. So, ich war mal so frei, hab ein bisschen aufgeräumt und wir können direkt loslegen, weil ich hab das Ganze ja schon eingerichtet. Ach, übrigens, der Fingerabdruckscanner befindet sich im Power-Button. Auf der rechten Seite, dort ist auch die Lautstärkewippe, finde ich ja immer viel besser, dass die Lautstärketasten nicht auf der linken Seite sind. So, mach ich nicht aus Versehen ein Screenshot. Aber was wollte ich sagen, der Fingerabdruckscanner leistet ganz gute Arbeit. Jetzt hier im ersten Eindruck, das passt auf jeden Fall. Ich glaube, im Hintergrund richtet er auch noch eine Menge ein. Wir können ja mal in die Einstellungen gehen, was wir dort entdecken. Das mache ich immer übrigens so. Wenn ich ein neues Smartphone bekomme, gehe ich zuerst in die Einstellungen und gucke erst mal, was wir hier so haben. Wir haben MIUI 13 zum Glück vorinstalliert. Ich hoffe auch Android 12. Es ist kein Update, was auf uns wartet. Ich habe hier unten noch die Navigationstasten aktiviert. Ah, ich liebe ja die Gestensteuerung. Was benutzt ihr? Navigationsstasten oder Gestensteuerung? Schreibt es bitte mal unten in die Kommentare. Also, wir haben die 128 GB Variante hier. Das ist die kleinere dann wahrscheinlich mit 6 GB RAM. Genau, 6 GB plus 2. Das sind diese Expansion-Geschichte, diese 2 GB, die zusätzlich vom internen Speicher genommen werden. Wenn man das denn möchte, man kann es auch deaktivieren. Wir haben Android 12 glücklicherweise auch vorinstalliert. Also, nicht so wie beim Redmi Note 11 Pro plus 5G. Das hier, das jetzt erst als Update Android 12 bekommen hat mit MIUI 13. Vorher war noch MIUI 12.5 Enhanced Edition drauf und Android 11, als das Gerät neu rauskam ab Release. Und jetzt, letzte Woche glaube ich, erst kam das Update. Zu dem Smartphone kommen wir übrigens auch noch. Das schaffe ich leider Gottes jetzt gar nicht mehr. Also, das wird auch erst so in drei Wochen kommen. Wir haben bei den Spezifikationen das, was ich noch erwähnen wollte. Genau, RAM, wir haben, das kennen wir ja so von der Poco F-Reihe. Das ist ja immer so das Performance-Monster von Poco. Auch hier haben wir wirklich schön schnelle Hardware drin. Wir haben nämlich LPDDR5 RAM, das aktuell schnellste, was so geht. Wir haben UFS 3.1 internen Speicher, auch so das schnellste, was aktuell geht. Und für unter 400 Euro ist das wirklich richtig, richtig gut. Wenn man auch mit der Konkurrenz vergleicht, da haben wir dann öfters mal vielleicht UFS 3.1, aber dann LPDDR4X beispielsweise. Hier haben wir LPDDR5 und UFS 3.1. Außerdem haben wir den Snapdragon 870, einer meiner Lieblings-SOCs. Da kann jeder sagen, was er will, aber ich mag den sehr, sehr gerne und ich weiß, dass ihr den draußen auch sehr gerne mögt. Was finden wir noch hier Interessantes? Das habe ich alles schon erwähnt. Ich muss unbedingt diese Navigationsgesten hier aktivieren, aber das mache ich glaube ich erst nach diesem Video. Es gibt das Smartphone übrigens nicht nur hier in Night Black, wie ihr es gerade seht, sondern auch in Nebula Green, das wäre wahrscheinlich so mein Favorite, und Moonlight Silver. Das Smartphone ist hinten aus Glas, vorne aus Glas, flaches Display, allgemein ein flaches Smartphone. Das ist ja jetzt gerade wieder so in, da kommen ja andauernd jetzt diese flachen Smartphones raus. Also auch die Rückseite zu den Seiten hin ist einfach nur flach. Dann kommt eine Kante, dann kommt der Rahmen, der aus der obersten Schicht aus Kunststoff besteht. Und dann haben wir hier noch den Kamerabumper, der nicht allzu weit rausguckt. Also das kann man ganz gut hier hinlegen. Das ist beim Poco X4 GT übrigens anders. Das verrate ich euch gleich schon mal direkt. Das ist mir großartig auch gleich groß aufgefallen. So rum wollte ich sagen. Man kann natürlich hier oben auf der Kante tippen, aber ich finde das passt, dass es schön schmal noch aus dem Gehäuse rausguckt. Apropos schmal, wir haben ein 7,7 Millimeter dünnes, dickes, ich nenne es eher dünnes Smartphone hier, oder ich habe es in der Hand. Wir haben oben ein wirklich winziges, winziges, winziges Punchhole. Das sieht man in der Preisklasse auch eher selten. Da sind auch eher die Punchholes ein bisschen größer. Und das, obwohl wir hier eine 20 Megapixel Frontkamera haben, wie gut die Frontkamera ist, kann ich euch leider Gottes aber noch nicht verraten, weil ich es noch gar nicht getestet habe. Da ich ja jetzt gerade den Prozessor erwähnt habe, gucken wir mal, ob ich den Geekbench 5 Benchmark hier habe durchlaufen lassen. Ihr seht übrigens auch, dass es ein bisschen anders aussieht als MIUI 13. Es liegt daran, dass hier der Poco Launcher drauf ist, weil es ja ein Poco Smartphone ist. Wir sehen auch, dass hier eine Menge Bloatware drauf ist, aber schon Genshin Impact, juhu. Das Spiel würde ich mir wahrscheinlich so eh installieren, aber Gubu würde ich mir wahrscheinlich nicht installieren. Javits, Break, Joom, Lords, aber wir können das Ganze 100 Pro auch löschen, hoffentlich. Können wir es löschen? Also beim Poco Launcher geht das Löschen immer ein bisschen anders. Dann muss man es, glaube ich, schieben und dann hier, okay, Vorführeffekt. So, schieben und dann hier oben auf Deinstallieren gehen und Deinstallieren, genau. Beziehungsweise man kann auch hier Audible löschen, indem wir auf App-Info gehen und dann hier unten auf Deinstallieren. Ich habe den PC-Mark, wie gesagt, nicht durchlaufen lassen. Battery-Test auch noch nicht, das wissen wir alles noch nicht. Geekbench 5-Benchmark habe ich wahrscheinlich doch noch nicht durchlaufen lassen. Nein, habe ich nicht durchlaufen lassen. Ich klicke mal rauf und ich mache es einfach mal auf die Schnelle. Ich meine, es dauert ja zum Glück immer nicht so lang, so ein Geekbench 5-Benchmark. Und währenddessen können wir mal ein bisschen über die rückseitigen Kameras reden, würde ich sagen. Und zwar auf der Rückseite haben wir nämlich die erwähnte 64-Megapixel-Hauptkamera mit OIS. Da bin ich sehr gespannt, was dort für Bilder rauskommen bei. Dann haben wir eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 2-Megapixel-Makrokamera. 2-Megapixel-Makrokamera kann man bestimmt wieder vergessen. Die 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera kann man, wie ich jetzt viele Smartphones in dieser Preisregion getestet habe, als nice to have betiteln. Also, dass man sich hier und da vielleicht freut, dass man ein bisschen mehr aufnehmen kann in die Weite, wenn man ein Gruppenfoto machen möchte oder, oder, oder. Aber die wird wahrscheinlich wieder zu den Seiten hin auch nicht das beste Ergebnis liefern. Vielleicht Artefakte oder ein bisschen verschwommen, ein bestimmtes Minimum ein bisschen Details verlieren und in der Mitte auch nicht ganz so scharf sein wie eine Ultraweitwinkelkamera mit mehr Megapixeln. Natürlich, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Wir können maximal aufnehmen 4K, 60fps Videos. Reicht aus, finde ich. Ob die Stabilisierung gut ist, verrate ich euch auch dann demnächst. Sowie auch, ob sie überhaupt bei 60fps greift oder erst bei 30, oder nur bei 3, oder maximal bei 30fps. Jetzt würde mich aber auch noch brennend interessieren, mit welcher Qualität wir bei der Frontkamera Videos aufnehmen können. Gucken wir uns gleich an, weil ich kann jetzt hier nicht, oder will jetzt hier nicht rausspringen aus dem Benchmark, 5-Benchmark. Aber wir können auch über die Konnektivität reden. Wir haben glücklicherweise ja die Möglichkeit, 5G zu empfangen mit diesem Gerät, mit dem Snapdragon SoC 870. Und wir haben Bluetooth 5.2, WiFi 6, also auch mit das, also ihr seid auf jeden Fall auch bei der Konnektivität hier up to date, auch wenn das ein älterer SoC ist. Wir haben NFC mit am Start, also kontaktloses Zahlen, das ist hier auf jeden Fall auch möglich. Ich verwechsel immer kontaktlos und kabellos. Ich sage dann manchmal kabelloses Bezahlen. Aber diesmal war es richtig kontaktloses Bezahlen. Ist mit diesem schönen Poco F4 möglich. Schreibt mal bitte in die Kommentare, habt ihr diesen Poco F3, habt ihr vielleicht schon das Poco F4, was war das denn nochmal? Es gab doch schon eins, ne? Das Poco F4 GT. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, was ihr von diesem Smartphone haltet. Und jetzt direkt ist dann auch einfach mal das Ergebnis da. 981 Punkte im Singacore und 3269 Punkte im Multicore. Das haut so hin wie bei den anderen Geräten, das in der Vergangenheit auch war, mit dem 870er SoC. Da haben wir meistens, ich sage dann immer grob, Singacore 1000 und 3000 beim Multicore. Das sieht hier genauso aus und deswegen kann ich euch jetzt schon mal verraten, ich bin mir jetzt 99,999% sicher, dass wir im Alter keine Probleme haben. Im System wird nichts ruckeln. WhatsApp, Social Media und Co. wird nichts ruckeln. Das Einzige, wo es eventuell ruckeln könnte, wäre vielleicht bei Genshin Impact, auch wenn es vorinstalliert ist, aber nur bei den höchsten Auflösungen. Das Display, was wir hier sehen, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, 120 Hertz, das hatten wir am Anfang kurz erwähnt. Ich gucke mal ganz kurz, ob ab Werk das schon aktiviert ist. Meistens bei Xiaomi nicht, hier wahrscheinlich auch immer noch nicht. Bild-Video-Gerate Standard und was ist Standard? Anpassen. Okay, Standard ist, passt die Bild-Video-Rat zum Ausgleich von Leistung und Stromkonsum gemäß den Szenarien dynamisch an? Ah, okay, das war ausgewählt, das ist ja schon mal ganz gut. Sonst war manchmal nur 60 Hertz ausgewählt. Hier kann man entweder dynamisch auswählen, empfohlen oder halt 120. Dann das schöne Display genießen, Full-HD-Plus-Auflösung. Wir haben hier, wie erwähnt, was ich am Anfang schon meinte, 360 Hertz Abtastrate, was ein guter Wert ist. Auf jeden Fall für so ein Smartphone. Ist halt kein Gaming-Smartphone jetzt, aber deswegen haben wir jetzt auch nicht mehr erwartet auf alle Fälle. Also ich zumindest nicht. Wir haben HDR10+, Dolby Vision-Kompatibilität. Im Peak 1300 Nits. Das erinnert mich hier das Smartphone an das Wi-Mi GT Neo 3T. Aber in gewissen Punkten ist das hier besser. Das Wi-Mi ist auch in gewissen Punkten besser. Also eine Mischung wäre wahrscheinlich perfekt, aber dann würde das Ganze wieder mehr kosten. Aber trotzdem 1300 Nits im Peak, das ist richtig gut. Also im Sommer keine Probleme, das Display-App zu lesen. Ach, und jetzt können wir uns auch nochmal ganz kurz die Kamera-App angucken und mal reinschauen, was hier videotechnisch mit der Frontkamera möglich ist. Wir haben maximal Full-HD mit 30 FPS. Mehr ist hier nicht machbar. Ansonsten über den Akku habe ich eigentlich auch schon das Wichtigste erzählt. 4500 mAh, 67 Watt. 5000 mAh wäre natürlich noch schöner gewesen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass man über den Tag kommen wird und dann mit 67 Watt auch schön fix aufladen wird. Wie lang genau es dauert und ob das gut funktioniert, verrate ich euch dann in der Review. Ansonsten können wir ja auch nochmal spaßeshalber, sicherheitshalber hier in den SIM-Karten-Slot reingucken, ob ich euch nicht angelogen habe. Aber meiner Meinung nach ist das hier ein Dual 5G-Smartphone, genau SIM 1. Und da haben wir auch noch SIM 2. Also wir können hier zwei 5G-Nano-SIM-Karten hineinstecken, wenn wir das denn wollen. Wir sehen hier unten einen Lautsprecher und hier oben sehen wir auch einen, weil wir haben Dual-Speaker. Trotzdem wird der oben ein bisschen leiser sein als unten, weil es keine Stereo-Lautsprecher sind. Wir haben oben einen Infrarot-Port, ein weiteres Mikrofon, sonst noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe und ein USB-C-Anschluss und noch ein internes Mikrofon. Und komm, wir hören mal ganz kurz rein, auch wenn ich jetzt sagen würde, durch meine Erfahrung einfach, dass ich schon weiß, wie der klingen wird. Dass der für den Preis gut klingen wird, wird in Ordnung sein, ist ein Dual-Speaker. Und ach, da ist ein Video von mir online gegangen. Na, dann klicken wir mal ganz kurz rauf. Wir hören einfach in die Werbung rein. Und ihre Lieferung verfolgen. Ja. Und schnelle Hilfe von unserem Rund-um-die-Uhr-Kundenservice bekommen. Jetzt die App herunterladen und... Genau so, wie ich gesagt habe, wobei ich ein bisschen überrascht war, positiv gerade, dass oben doch ein bisschen stärkerer Sound rauskommt, als ich erwartet hatte. Also, ich denke, ihr werdet mit den Dual-Speakern hier zufrieden sein, in der Preisklasse, wie gesagt. Natürlich, ne? Viel, viel wichtiger finde ich jetzt aber noch, nachdem ihr so ein bisschen einfach zusammengefasst gehört habt, was das Poco F4 so drauf hat, das neue Smartphone aus dem Hause Xiaomi, beziehungsweise Hause Poco. Und auch so ein bisschen meine Meinung gehört habt, finde ich jedenfalls. Ich will natürlich meinen Test genau abwarten, aber ich glaube, vor allem jetzt beim Early-Bird-Preis ist das ein sehr gutes Smartphone für den Preis, finde ich persönlich. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ich beantworten soll zur Review zu diesem Smartphone? Schreibt es gerne auch in die Kommentare, ich höre auch hier und da immer wieder, dass ich so ein bisschen die Bugs ein bisschen hier auch zeigen soll, dann irgendwie beim Smartphone mache ich ja auch in manchen Videos. Ihr könnt ja auch nicht immer alle Videos gucken, deswegen halte ich euch das gar nicht vor, dass ihr es gar nicht dann wisst. Ich mache es bei einzelnen Tipps und Tricks oder wenn ich auf die Software jetzt in einem Video nur eingehe, aber ich möchte das natürlich auch gerne in den Reviews machen, deswegen sagt einfach gerne mal Bescheid, was ihr so hören möchtet. Thema Bugs ist es natürlich extrem unterschiedlich. Es gibt so ein paar Punkte, die vielleicht auf mehrere MIUI oder Xiaomi Smartphones zutreffen, aber es gibt halt auch Bugs, wo das dann nur bei den Flaggschiffen vielleicht hier und da passiert, dann vielleicht auch wenn man durch Update behoben wurde und, 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 und. Von daher, schreibt es gerne unten rein, dann kann ich einfach explizit auf diese Frage einfach eingehen und dann sagen, ah, das trifft hier auf dieses Smartphone gar nicht zu oder ja, hat es zugetroffen, aber wurde behoben, etc. pp. Genau, also macht das gerne mal, mich würde das freuen, ansonsten schreibt gerne einfach eure Meinung unten in die Kommentare und was ihr von dem Smartphone so haltet und dann hoffe ich, dass ihr das Video interessant fandet und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, das wäre mega cool, dafür am besten abonnieren, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Ich verspreche euch auch, dass ich wahrscheinlich beim nächsten Video wieder ein bisschen langsamer rede, wobei, nee, ich nehme jetzt das Poco X4 GT auf und ich muss mich beeilen. Xiaomi Watch S1 hier übrigens, auch eine coole Smartwatch, darüber habe ich schon ein Video gemacht, wenn ich es schaffe, verlinke ich es noch, wenn nicht, auf meinem Kanal findet ihr das Ganze. Macht's gut.